So, Foto 1, Sie machen was? Foto 2, Foto 3, Foto 4. Wir sollten jetzt checken. Wir sollten checken. Wohnen auf einem Hausboot. Foto A, B, C, D. Hausboot. Oh, das ist ein Hausboot. Wohnen. Ja, das ist richtig. So, Hausboot. Klar. Das ist dann die. Bitte keine Schuhe in der Wohnung. No Schuhe in der Haus, please. Sehr. Sehr. Sehr, okay, ja. Viele Familien haben ein erstimmer. Ja, ja. Many families have a dining room. Ja. 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 Kind bet, kind stool. Ist findet das schon. Bei. Bei. No bed, no chair. Das ist dann. Bei. Ristis. Klar. Udabar. 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 Das ist das. Kulhaus. Ja. Type of houses. Ein Dhanian house. Ist schon hier. Okay. Das rein house. Which looks like round rein house. Means houses in a row. Rein house. Konsa de grau. Si. Okay. Right or la. Okay. Si. Das vielleicht hier. Rein house. Then maybe I can write here too. And here also too. Auf dem land. Which houses? Toplet. Okay. Drei hier und Drei hier. Kansai. 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 In the line house bhi. Kusakta hai. Aha. Yeah. Listening pe depend karta hai na. Kya bol rahe hai. Inderishtat. Which one is in the city? South center. Genau. Das is Inderishtat. Okay. Drei. Und die Altbauwohnung. Old style. Studentenwohnung. Studentenwohnung. Studentenhostel. Und in der Stadt. Ja. Richtig. So ist es.